Du bist zum Prinz in Minasin, Victoria Miguel Wir müssen uns einfach straffen, hinten den Laden dichtzuhalten Wir können vorne nicht immer zwei, drei, vier Tore machen Wir müssen auch mal zu Null spielen oder nur ein Gegentor bekommen Wir müssen uns jetzt mal zusammensetzen und das analysieren, sonst wird es sehr schwer Mir wäre es lieber gewesen, hätten wir 2-2 hier gespielt oder vielleicht noch das 3-2 selber gemacht So ist es natürlich sehr hart, da ist mir mein Tor eigentlich scheißegal Wichtig ist bei uns jetzt jeder Punkt und wie gesagt, wir müssen uns ja zusammenreißen und alles raus von mir zu spielen